und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft buildcraft zusammen mit dem julian im hintergrund ist noch der kevin ja und ich sagen ich baue jetzt mal eben ein paar kisten von uns oder er kommt zu machen erst mal ein herz so Prozent hier vor oben steht schon die küsse ich würde sagen hier machen wir das jetzt so wir bauen zwischen den beiden bergen mit der oder das sind ja alle Lager machen und da unten dann inzwischen erbauen wir können auch nur unter und unterirdischen Lager und das ist nicht das Ziel ist was ich mir vornehme verzauberungsbuch schwer auf Schärfe oder Verbrennung und Feuer ich mache eben ein zwei öfen das ganze setzen wir nachher noch mal vernünftig hin aber jetzt erst mal von Anfang noch mal eben essen er guckt er und er braucht noch Prozent hier gehört was ist schon erstens ich glaube ich habe schon alles weggegessen nein hier kommen wir müssen dort geben so ok so ein Stack weiß nicht äh was man jetzt küsse so äh ich kann mir mal sechs Prozent sind genau der Fall und mein Bestand Prozent braten wir das mal eben und es ist das mal kurz ein Teil erstellen könnte das klug sein wir sind auf die Aufnahme um ach da das meistern ist mal früher glaube ich Weltküder machen wir auch von 15 Minuten lang Welt ich möchte noch gut heute kommen aus Hessen endlich zu tun hätten sie wollen und nicht noch ein einfach mal ich er hat den Stein warum denn wenn du kommst kurz mit dann kommt hier unten ist so ein allerdings das werde ich das habe ich möchte mit der schaufel ich sage machen wir aber auch ein bisschen mit glas ja wir machen ich mache mir schon eine eisenspitze kurz so und ich entleere mich mal kurz ein bisschen mit den sachen die ich gerade nicht brauche ich würde sagen ich gehe mal kurz ein stückchen nach unten und tue mal ein bisschen um fahren ich wollte müssen so unterspringen bei juli so wir leben noch ich bin ja gestorben ich bin ja Armin und und schon wieder ein halbes Herz Gigi oder Gigi Gigi alles Gigi oder wir warten oder oder wir gehen jetzt fahren ne ich würde sagen für den Anfang also wir brauchen auf jeden Fall jetzt Diamanten wäre geil weil ich hole erstmal ein bisschen Sand dann könnten wir uns vielleicht schon Obsidian abbauen wenn wir Diamanten Spitzhackel haben du meinst Vanessa? ja ja das dann können wir diesen Bunker nicht aus Quarz machen ja aber Quarz finde ich nicht ganz so geil er war ja noch so ok das habe ich jetzt auch alles da weggetan ähm Leute wenn es so nicht doch ich glaube ihr wisst ja okay auf jeden Fall haben wir das jetzt habe ich das zu nehmen zu können ich hab ich ähm markiert woher rausgekommen sind wir finden unten zum Glück wahrscheinlich schon da hat es auch einfach das wegnehmen können was wir uns gekrabt haben wir nicht das weg da hat es auch der Autor die Welt um das Fenster und reichen nicht wie viel Stacks dann brauchen wir für die Fassade um reichen eine halbe Strecke ja auf jeden Fall hätten 20 gesagt haben ich habe jetzt aber schon steckt deswegen auf jeden Fall brauche ich mich jetzt ich mache jetzt eine Miene einfach die Fassade aber jetzt sonst hast du nicht auf 100 und auf du bist Prozent immer von der Hälfte in der Zeit ist ganz sollte auch gleich mal in der Zeit machen um dazu machen jetzt hab ich ein Steck und 16 noch fallen jetzt können wir anfangen uns eine Wiener auszugraben ich mach mich schon mal einen Brustpanzer wir brauchen noch einen Eisner hast du auch einen Brustpanzer das ist okay war jetzt er was ist von der Idee das in der Maschine um ach genau du weißt dass wir Fernsehen und Couch und so bauen können das ist ein Gestaltung der Titel ist schon immer durch ein Plugin okay dann ist es was um ich schmalz schon mal auch ein bisschen klar und aus welchem Steinsam unser Haus und sich bauen aus Holz vielleicht schon und Kabel Sturm ist so eben ein Standard macht das war ja gut also ich hab sowieso jetzt für ein Steck und neun noch kommst du uns ausführen können wir nachher also ich mach jetzt ähm ich würd sagen wir machen ähm das ist wieder ein Fünfer Abstand also wie ich das halt immer baue so okay meine Spitze geht ich hab noch Prozent Spitzkirche momentar von muss halt nur in die Hose kommen ne passt dann dann eine eine ein bisschen höher ach du gehst fahren ja 6 65 cm höher ich brauche Kohle eigentlich ich brauche es einfach Kohle das hat es ja nie bei dieser wird es selbst als die Kohle wir können auch einfach irgendeine Römer um von Nilla am PC um generiert wir haben ja auch zu bezogen der Neust gibt es eigentlich noch bestimmte themen in der Karte die sich in Höhe zwölf Jahre um solche im Bett machen als zu machen müssen müssen nur etwas kurz zum Server und haben es geht dann Künstler im Tag machen das ist okay ist er und es nur schluss was an ihm es war ein bisschen schockt gemacht okay die ich kurz damit haben jetzt noch Pestmann kann Kanzler drauf die Erkrankung ich will um so lange bis nachts ist nicht so gerne wenn man es doch nicht wir haben ganz noch bescheiden alles geht alles seitdem es heißt ich gesagt auch die Kölner und er hat es könnte auch ein bisschen als Hausverklapp und gefahren Bist nicht gestorben, oder? Alter, ich wär fast aufgeschlagen. Ich konnte noch ein bisschen in der Luft lenken. Alles klar. Ich hab grad schon gedacht, jetzt ist mein dritter Tod. Ich bin zwar zweimal in der Aufnahme gestorben, aber ich bin noch einmal vor den ganzen Aufnahmen gestorben. Als ich kurz AFK rumstand. Bevor das Projekt überhaupt losging. Ein paar gewissen Leute, ja. In der Videobeschreibung ist auch ein Link zu unseren Stats, das heißt, man sieht, wie lang wir online waren. Und solche Sachen. Aus welchem Holzsammel bauen? Reichenholzbretter. Gut. Sollten wir vielleicht nur Sets, ein Sapling mitnehmen? Ich bin ein Einladung. Ich würd sagen, wir nehmen dann auch ein Sapling mit. Eisen. Und voraussichtlich wird dieses Projekt jetzt bei mir, ja. Ich weiß nicht, wie ich's mach. Ja, drei, viermal die Woche kommen. Ja. Und ich hab eine Frage, soll man immer zusammen aufnehmen? Wäre schon gescheitert. Ja. So. Da würde ich mal eben ein bisschen Holzfarm. Aber was hättest du davon, dass ich Clear Leck rausnehmen? Also, das können die Items? Genau. Ist das so richtig? Es ist ja, wenn jemand jemanden findet, dann Clear Leck. Der warnt aber auch 60 und 20 Sekunden vorher bevor noch. Und daher. Ich wüsste, bei 20, würde ich nix mehr abbauen, großer als wichtiges. Aber wenn Holz über Kabel weg ist, okay, kann man drauf verzichten wohl. Aber ich find's schon, ich bitte, wenn irgendwie Eisen weg ist oder solche Sachen. Eher am Anfang schon, aber mit der Zeit nicht mehr. Weil das Eis auch nicht so, wenn so richtig. Ja, von Anfang schon. Anfang schon. Ähm, teuschen, wie Gold für Goldäpfle vielleicht. Können wir machen, aber müssen wir. Ich glaube, es ist sehr viel Gold. Ich würd sagen, dass allererstes ist, dass wir machen. Genau, wir können nur Goldfarb-Tyrotsch machen. Äh, wie? Mit einer Portal brauchen nur ein paar Stacks, ähm, hier, Obsidian. Also, wenn ich jetzt die Mountain findet, dann feierliches. Jo. Ja, das wäre schon. Bitter besser wird, hättest du dann keine Eisenspitzacke mehr, weil die irgendwie kaputt geht. Das wäre Bitter. Das wäre es, ja. Aber dann könntest du theoretisch, äh, mit den Koordinaten sagen. Äh, den, ich hab jetzt eine Schlucht gefunden noch und die Höhle ist Riesenkurs. Ja, du kannst ja mal entlernen. Ich guck mal, inwie lange wir noch die Aufnahme machen. Weil ich würde sagen, äh, wir ändern gleich schon mal die erste Folge, weil die soll ja morgen um 12 Uhr kommen. Weil wir nur das Ganze jetzt noch hintereinander auf, weil wir haben noch zwei Minuten. Dann das Folge circa 16, 17, 18 Minuten lang. Ja, gut, so. Ich hab jetzt schon etwas über ein Stack Holz. Ich hab jetzt schon mal so die Überlegung, und weil du dich nicht Bes backward gehen wirst. Das war das Ganze, aber das ist schon mal. Das war das ganze Zeit. Das sind auch schon mal, das habe ich mir nicht zu glauben. Das war das ganze Zeit. Ja, ich hab das jetzt mal. Jetzt hab das mal gesehen. Ja, ich hab das noch Spaß. Ja, ich hab das mal gesehen. einfach mal oben in der Ecke aufs i drücken und da ist halt eine Umfrage weil es gibt ja jetzt auch die Google-Umfragen und in der Videobeschreibung ist auch jeweils von einem anderen das Video wahrscheinlich verlinkt, würde ich sagen Ja, ähm, wenn wir im Markenhafen-Halschern-Obsidien-Platz gefunden ja, äh, aber wenn du dir erst findest, bauen die ersten in der nächsten Folge ab, würde ich sagen ja also heute vielfach noch mal die Mandeln finden ja, ich würde sagen, wir rennen dann gleich erstmal ja zumindest die Folge für morgen und die vier Mandeln dann bauen, äh, Baulimor gleich ab, wir machen eh nur noch 30 Sekunden also ist jetzt abbauen nichts jetzt abbauen, ich würde sie in der nächsten Folge machen ja, okay, okay dann können wir die Folge nämlich auch erst Dias nennen und die hier jetzt farmen würde ich sagen alte Wände sind schon richtig nice die Quick-Up schauen folgt zwei Folgen zwei Folgen schon Dias direkt nice und, äh, Zeit ist abgelaufen ich würde sagen dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal und ciao 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017